Hallo, wir sind wieder da, nach über einem Jahr. Fuck, Corona! Das ist kein fucking Stream im Internet. Hallo, das ist Kabarett. Kabarett, 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 über alles. Kabarett, 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 über alles. Ich fahre weg, weg, und mein Gepäck, Peck, ist noch nicht perfekt gepackt. Rage CDU-Wähler, muss man sagen, Radl alleine nützt nix. Du kannst radl, so viel wie du willst, solange du CDU-Wählst, it's politics. It's politics, stupid politics, stupid politics. Als auch ein paar Konsumenten was bewegen konnten mit politics. Ein Glück, ich muss meine Betten nicht frisch beziehen. Ein Glück, neben mir liegt nichts Fremdes, Lackt und Lackt. Irgendwann waren wir 40 und wir haben glaubt, wir sind alte, oder? Wir waren ja nicht alte und nicht 50 waren wir auch noch nicht alt. Mit 16 kam ein März, gibt die Leute so ein 30, so ein Etter im Kopf wie wir. Was redst du da für ein Schmarrn daher? Jung im Kopf plus die Erfahrung. Die beste Zeit ist jetzt. Jetzt! Halt! Du darfst nicht einfach so in Rente gehen. Halt! Es ist noch lang nicht so weit. Halt! Willst du ab heute nur noch Däumchen drehen? Ich find es nicht korrekt, wie man mich diskriminiert, weil man am Bahnhof immer nur die Schwarzen kontrolliert. Kontrolliert mich! Ich bin von dir! Meine Ausweispapiere sind der Hammer. Kontrolliert mich! Ich bin von dir! Und dass sie niemand sehen will, das ist ein Jammer. Nur in Bayern sagen sie, da schau her, aus Berlin gehen, wenn man gleich mal einer Untersuchung unterziehen. Die Berliner Polizei ist im Vergleich viel zu weich, viel zu weich, viel zu weich, viel zu weich, viel zu...